Das innovativste Armband des 21. Jahrhunderts. Im Jahr 2021 trafen wir uns mit hochdotierten Wissenschaftlern, die überwiegend militärische Forschung auf höchstem Niveau betrieben. Die Forscher entwickelten eine Technologie auf Quantenbasis. Sie schützten nachweislich die Zellen in unserem Körper, indem sie oxidativen Stress um 75% reduziert und uns vor vielen negativen Auswirkungen schützen kann. Nach intensiven Verhandlungen konnten wir uns alle Rechte dieser quantenbasierten Technologie sichern und nun für alle Menschen der Welt zugänglich machen. QuantArc besteht aus Millionen feiner Quantensensoren. Diese erkennen Zustandsänderung unserer Zellen, senden an sie Impulse, reduzieren den oxidativen Stress und steigern wieder ihre Vitalität. Unsere zellschützende Technologie unterliegt ständigen Prüfungen und wird unter strengster Sorgfalt mit 100% Qualitätskontrolle hergestellt. Vom Fräsen und Gravieren der Hülle bis zum Homogenisieren und Befüllen, der mit Quantensensoren vermengten passte, alle Schritte werden streng überwacht und kontrolliert. Deutsche Ingenieure entwickelten für QuantArc ein intelligentes Design. Es ist absolut unabhängig von der Größe des Handgelenks. Ebenso kann es zu jeder Kleidung stilsicher getragen werden. Nach heutigen medizinischen Kenntnissen wird oxidativer Stress verursacht durch Elektrosmog, zum Beispiel Handystrahlung, körperlich sowie psychischem Stress, Alkohol, Nikotin, Medikamenten, Infektionen jeglicher Art, Elektroautos und vielem mehr. Zu viel oxidativer Stress ist nach heutigen medizinischen Kenntnissen Auslöser für Krankheiten wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Alzheimer, Schlafstörungen, Hyperaktivität, psychische Störungen und viele, viele mehr. QuantArc wurde für Deinen dauerhaften Schutz konzipiert, denn QuantArc hat kein Verfallsdatum und hält ein Leben lang. Die Wirksamkeit von QuantArc wurde nach schulmedizinischen Methoden und von in der international wissenschaftlichen Forschung anerkannten Prüfmethoden bestätigt. Die Wirksamkeit von QuantArc Die Wirksamkeit von QuantArc